Da drückt! Da drückt! Ich muss es nicht erwähnen. Jetzt aber! Komm, komm, komm! Ja, Jaa! Jo! En Bombeck! Hart, ja. Reicht! War er dummer? Ich weiß gar nicht, wo ich stehe denn. Passt so. Sechster. Sechster? Schade, Männer! Komm, geh ab, Steven! Oh, schade, hätte er fast gehabt. Hey, komm, geh ab! Man genießt natürlich jede Minute, die man die Finger nicht aufnehmen kann. Weg, weg, weg! Ein bisschen Bein. Renner, renner, renner! Gut, gut, gut! Mann, komm, komm! Zeit, Zeit! Komm, Männer, komm! Hey, Hülle, jetzt! Ja, Hülle! Jaaa! 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 Super, hier war's, ne? Absaal, was du? Jaaa! Jaaa! Wie viele Zuschauer sind das gar nicht, ne? Ne, bei dem wird das keinem nachvollziehen. Und rauf! Schieß! Ja! Ja! Für Sie! 3-1, ja! Für Sie! Jawoll! Weiter, Jungs! Nee, Schmini oder Fürsie? Gibt's Angst? Fußrohr! Gar nicht, Leute! Egal! Ja, weil er gesperrt ist. Und jetzt! Alles gut! Geist! In! Ja! In! 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 Okay, der Herbst fällt auf. Sonst fragst du den Assistenten hier, der muss ja eine Uhr haben. Kannst ja gleich mit reinschreiben in die Gruppe. Wechsel bei den Gästen aus dem Spiel der Sechser. Oh stark, jawohl Berlin! Hätte er gedacht, dass die sich steigern, dass die auch mal eine gute Halbzeit hinlegen. Genau so, Renan! Ja, ja, ja! Komm! Hey, du Kumpel! Komm! 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 Wechsel bei den Gästen aus dem Spiel der Vierer Kevin Stübke. Neuem Spiel mit der Sieben Tom Clifford. Komm! 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 Sehr gut! Oh, was ein geiler Pass! Und jetzt! Ja! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut, Junge! Sauber! Richtig spannend! Hey, Männer! Ja, 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 ja! Ja, ja. Ja, ja, ja! Gut, Paul! Meine Humphreiber! Komm! Und jetzt? Oh, Leck! Ja! Jawoll! Jawoll! Sehr geil!